Wenn man die öffentliche Diskussion zum Thema Software bei Tesla verfolgt, dann bekommt man schnell den Eindruck, dass Tesla als Unternehmen momentan in Sachen Software alles falsch macht, was man nur falsch machen kann. Die Beschwerden der Kunden häufen sich, zumindest in Foren und in den YouTube-Kommentarspalten. Und da liest man immer wieder davon, dass Tesla lang bekannte Probleme wie den Regensensor, die Einparkhilfe oder was weiß ich, softwaremäßig einfach nicht in den Griff bekommt. Und auch die Software-Releases sind immer wieder fehlerbehaftet bzw. Tesla korrigiert immer nach wenigen Tagen schon, weil das veröffentlichte Release einfach zu viele Fehler enthält und scheinbar Elon Musk die halbe Qualitätssicherung entlassen hat. Das ist zumindest der Eindruck, der sich öffentlich darstellt. Aber die Frage ist, ist das am Ende des Tages wirklich so oder kapieren viele Tesla-Fahrer einfach nicht, wie das Thema Software bei Tesla funktioniert? Genau darüber möchte ich im heutigen Video mit euch sprechen und daher Servus und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, das Thema Software spaltet die Gemüter und ich denke, ihr habt da alle schon vieles zum Thema Software bei Tesla gelesen. Und ich möchte mit diesem Video einfach mal, ja, euren Blick in eine andere Richtung lenken, sagen wir es mal so. Denn ich komme aus der Softwareentwicklung und ich sehe viele, viele Dinge bei Tesla anders und ich bin der Meinung, wir haben hier ein massives Generationsproblem. Und wie fange ich da am besten an, ohne dass ihr mich jetzt gleich in den ersten Minuten des Videos steinigt? Also grundsätzlich ist es ja so, bevor wir unseren Tesla geholt haben, hatte ich so eine gewisse Vorstellung vom typischen Tesla-Fahrer. Und der war bei mir in der Vorstellung, muss ich ganz ehrlich sagen, Mitte 20, maximal Mitte 30 und Single, vielleicht Familienvater mit maximal einem Kind. Aber das war auch dann schon das Maximum dessen, was ich mir in meiner Fantasie damals vorgestellt habe. Die Realität sah allerdings ganz anders aus. Bei unseren ersten Supercharger-Stops haben wir einfach realisiert, dass Tesla in der Zielgruppe 40 plus, 50 plus mittlerweile extrem verbreitet ist. Und ja, das hat mich doch ein wenig verwundert, denn ein so software-affines Produkt wie Tesla Model 3 und Tesla Model Y in dieser Zielgruppe zu sehen. Das meine ich jetzt gar nicht abwertend. Ich finde das richtig gut, dass sich auch meine Generation intensiv mit dem Thema auseinandersetzt und auch Spaß an der Technik hat. Aber ich habe es ganz ehrlich so nicht erwartet. Aber unabhängig davon ist es einfach so, glaube ich, dass gerade in meiner Generation, also ich bin in Generation 40 plus und auch in der Nachvorgeneration, also Generation 50 plus, das Thema Software ganz anders gesehen wird als bei jüngeren Leuten. Das fällt auch intensiv dadurch auf, dass ihr Beschwerden, was das Thema Software angeht, hauptsächlich von älteren Generationen liest. Und dann sind wir wieder beim Thema Forum. Die jungen Leute würden jetzt wahrscheinlich sagen, naja, heute nutzt ja auch keiner mehr ein Forum oder ein Blog. Wer macht denn das noch? Ja, das ist richtig. In Foren sind tatsächlich, ich sage mal, ist die Boomer-Generation unterwegs. Und da herrscht scheinbar auch ein anderes Selbstverständnis oder ein anderer Blick auf das Thema Software. Nehmen wir einfach mal die Fakten. Und ich möchte mich in diesem Video jetzt einfach mal nur rein auf den Autopiloten konzentrieren, weil das Thema Software ist einfach so komplex, das würde letztendlich den Rahmen sprengen. Tesla bietet uns den Autopiloten im Auto als Beta-Version an. Ich glaube, meiner zwölfjährigen Tochter brauche ich nicht groß erklären, was eine Beta-Version ist. Die weiß, wenn sie ein Spiel in einer Beta-Version runterlädt, dass dieses Spiel eben bestimmte Mängel enthalten kann. Und dass Funktionen aus diesem Spiel auch ohne Ankündigung in den einzelnen Beta-Releases immer wieder entfernt werden können oder hinzugefügt werden. Denn Beta-Releases sind nichts anderes als Test-Versionen für den Hersteller. Und Tesla weist uns ja auch im Auto explizit auf diesen Umstand hin. Das heißt, wenn wir den Autopiloten und den Lenkassistenten aktivieren, beziehungsweise genauer gesagt den Lenkassistenten, dann bekommen wir ja dieses Warn, diese Info ins Auto eingeblendet, wo eben steht, dass es sich hier um eine Beta-Version handelt etc. Ihr habt das alle schon gelesen. Und mit Aktivierung der Funktionen, naja, akzeptieren wir das. Und wir akzeptieren auch, dass wir diese Funktionen in einem bestimmten Rahmen verwenden. Und da ist es für mich schon sehr weird, sag ich mal, wenn ich dann massive Beschwerden in der Öffentlichkeit darüber lese, dass das ein oder andere in dieser Beta-Version nicht funktioniert. Weil für mich, der aus der Software kommt, ist das eben gang und gäbe, dass eine Beta-Version nicht funktioniert. Beziehungsweise, dass diese eben noch massive Fehler enthalten kann. Und ich glaube, da ist so ein Grundproblem, was einige Tesla-Fahrer haben, dass sie einfach sagen, naja, die Funktion ist ja vorhanden und da muss sie auch entsprechend funktionieren. Das heißt, viele haben in meinen Augen, was das Thema angeht, eine extrem übersteigerte Erwartungshaltung. Man setzt sich einfach auf diesen Punkt, ich habe diese Funktion ja bezahlt, die ist Bestandteil des Autos und da muss die auch funktionieren. Ich kann zwar gewisse kleine Dinge tolerieren, dass die nicht funktionieren, aber größere Fehler sind für mich ein absolutes No-Go und das darf einfach nicht passieren. Und auf der anderen Seite ist es dann ja auch so, dass gerade eine Vielzahl von diesen Menschen, die sich massiv in der Öffentlichkeit beschwert, also die immer wieder in Foren sich über die schlechte Software beschweren oder immer wieder in den YouTube-Kommentarspalten unterhalb der Videos sich darüber beschweren, ja auch noch die sind, die in der Software-Auswahl im Auto das Ganze auf erweitert stehen haben. Was bedeutet erweitert? Bei Tesla könnt ihr auswählen zwischen der Standard-Software und der erweiterten Software. Das heißt nichts anderes als, dass ihr unter erweitert noch eher einen Software-Update bekommt. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass diese Software-Update noch mehr Fehler beinhalten kann. Und das ist so ein Punkt, den kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich aktiviere eine Software, wo ich vom Hersteller darauf hingewiesen werde, das Ding ist Beta, das kann gewisse Fehlfunktionen beinhalten. Und sage dann auch noch, ja, aber dann gib mir bitte die instabilste von allen Versionen, weil, und jetzt kommt der Punkt, ich möchte ja unbedingt zu denjenigen gehören, die die Software als allererstes haben, damit sie auch in Foren oder in den YouTube-Kommentarspalten darüber berichten können, was da jetzt alles Tolles, Neues drin ist. Also das geht für mich, wie gesagt, in den Kopf nicht rein. Das ist dieses Selbstverständnis, ich möchte bewusst eine fehlerhafte Version beziehen vom Hersteller, aber beschwere mich dann, dass die Fehler hat oder dass diese Dinge nicht funktionieren. Und das konnte man auch sehr gut jetzt zu Weihnachten im Holiday-Update beobachten. Dort war es ja so, dass Tesla im Rahmen auch dieser leidigen Rückrufaktion mit der neuen Innenraumüberwachung in den USA die Software mehr oder weniger kurz vor Weihnachten breitflächig in Europa ausgerollt hat und dann kurze Zeit auch weltweit. Und man hat dann relativ schnell gesehen, dass es verschiedene kurzfristige Updates nachgeschoben wurden. So, und auch das ist typisch für eine Beta-Version. Wenn ich als Entwickler eine Software-Version nur zwei, drei Tage nachschiebe, dann muss das nicht unbedingt heißen, dass die Vorgänger-Version einen gravierenden Fehler beinhaltet, was viele dann gleich mit so einem neuen Update gleichsetzen. Das kann auch einfach heißen, dass ich verschiedene Software-Konfigurationen in verschiedenen Teilen der Flotte einfach mal ausprobieren möchte. Bestes Beispiel könnte da zum Beispiel sein die Innenraumüberwachung. Ich teste zum Beispiel, ob die in der Model 3 anders funktioniert wie in der Model Y und dann gucke ich, welche von beiden funktioniert besser. Das heißt, wenn ich innerhalb von kurzer Zeit verschiedene Versionen der Software ausspiele, dann muss das nicht unbedingt heißen, dass diese Software jetzt fehlerhaft ist. Nein, es kann einfach nur letztendlich ein Test sein und ich entscheide hinterher als Entwickler, naja, die Version hat besser funktioniert und dann kommt die in einer dritten eben für alle Fahrzeuge. Und in der Öffentlichkeit wird das dann immer so dargestellt, naja, die Entwickler bei Tesla, die haben alle keine Ahnung, die pennen alle und die haben keine Qualitätssicherung mehr und dann wird dann eben hier kurzfristig wieder eine Fehlerbehebung nachgeschoben. Das ist in der Regel gar nicht so. Wenn wir beim Thema Ärgern über Software bleiben, dann können wir auch einfach mal einen Blick zurückwerfen auf die letzten zwei, drei großen Änderungen, die im letzten Quartal kamen, die für viel Diskussion gesorgt haben. Da ist es einmal die erweiterte Innenraumüberwachung. Und ich glaube, da liegt ganz klar auch auf Seiten von Tesla ein Kommunikationsproblem vor. Denn es ist einfach so, dass Tesla die deutschen Release Notes immer nur unvollständig übersetzt beziehungsweise den deutschen Kunden immer nur die Hälfte sagt, sage ich jetzt mal so. Denn schaut man sich in der Öffentlichkeit um, dann haben viele den Eindruck, dass das System sehr empfindlich reagiert, wenn ihr es aktiviert oder wenn ihr langsam fahrt, zum Beispiel in einem Kreuzungsbereich. Und in den deutschen Release Notes ist dazu nichts zu finden. Schaut man aber auf Not-it-Tesla-App zum Beispiel, dann findet ihr dort den Hinweis, dass Tesla dieses System bewusst so sensibel im Bereich von Kreuzungen und Ampeln außerhalb von Autobahnen konfiguriert hat. Wahrscheinlich, kann ich mir nur erklären, gab es in der Vergangenheit massiv oder vermehrt Unfälle, Auffahrunfälle in diesen Bereichen. Und das Auto versucht nun, euch zu zwingen, ja, muss man ganz ehrlich sagen, aufmerksam zu sein. Denn sind wir mal ganz ehrlich, wenn ich mir anschaue in manchen Kommentaren, was manche während des Autopiloten, des aktiven Autopiloten im Fahrzeug machen, da packe ich mir an den Kopf und da bin ich auch froh, dass genau solche Leute jetzt mit dem neuen Update rausgefiltert werden und die erstmal einen Strike kriegen. Denn auch das ist ja ein Punkt, den wir akzeptiert haben. Der Autopilot, das vergessen viele scheinbar immer, ist zugelassen von Tesla für die Autobahn. Und wie viele von euch nutzen den Autopiloten auf Landstraße? Ja, ich auch, gebe ich zu, obwohl er dafür nicht zugelassen ist. Warum? Weil es geht. Aber mir ist vollkommen bewusst, dass das Fahrzeug jederzeit, naja, machen kann, was es will auf der Landstraße und ich bin doppelt so aufmerksam. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auf der Landstraße bedeutet der Autopilot für mich vermehrt Stress, weil ich sehr, sehr aufmerksam dann bin. Und ich aktiviere ihn halt, weil mich die Technik interessiert und weil ich gucke, wie das Auto sich wo verhält. Aber auf der Autobahn funktioniert das Ganze wirklich gut mittlerweile, muss ich sagen. Und da ist dann auch wieder die Frage, wenn ich ein System, was vom Hersteller für die Fahrt auf der Autobahn zugelassen ist und empfohlen ist, nutze außerhalb des freigegebenen Rahmens, ja, da brauche ich mich doch nicht öffentlich aufregen, dass was nicht funktioniert. Ich meine, das ist doch, ja, auch das ist für mich vollkommen irrational und absolut nicht nachvollziehbar. Von daher, wenn ich beim Thema ein Fazit ziehen müsste, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, vieles funktioniert bei Tesla aktuell nicht so, wie man es möchte. Ich würde jetzt nicht sagen, wie man es erwartet, sondern wie man es sich vielleicht wünscht. Aber viel Frust wird dadurch generiert, dass viele Tesla-Fahrer halt einfach eine gesteigerte Erwartungshaltung haben, das System außerhalb der Rahmenbedingungen nutzen und vielleicht auch, ja, wie gesagt, man kann auch viel Frust vermeiden, indem man einfach bei der Softwareauswahl von erweitert auf Standard stellt. Dann bekommt man vielleicht nur ein, zwei Updates im Jahr. Ich weiß es nicht und kann sich aber sicher sein, dass diese Updates wesentlich stabiler laufen. Wenn ich allerdings bewusst eine Beta-Version aktiviere, bewusst die Rahmenbedingungen ignoriere und bewusst dem Hersteller sage, hey, bitte gib mir die möglichst instabilen Testversionen, Hauptsache ich habe als einer der ersten diese Versionen, dann kann ich ehrlich gesagt absolut nicht nachvollziehen, warum man dann öffentlich seinen Frust in irgendwelchen Foren oder unter YouTube-Videos rauslässt. Aber vielleicht ist meine Sichtweise da auch sehr, ich sage mal, einhornmäßig, keine Ahnung. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung zum Thema unten in die Kommentare schreiben. Würde mich echt interessieren, was ihr zu dem Thema sagt und ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich in einem der nächsten Videos wieder. Ciao!